Ja, liebe Zuschauer, jetzt machen wir ein klitzeklitzekleines bisschen Sport. Und bevor Sie jetzt abschalten und denken, oh mein Gott, Sport, das ist nix für mich, dann möchte ich Sie an dieser Stelle mal fragen, warum machen Sie denn bisher nichts? Das größte Punkt ist wahrscheinlich, dass Sie sagen, hab ich gar keine Zeit zu, anderthalb Stunden oder sogar zwei Stunden jeden Tag zu investieren, um zum Fitnessstudio zu fahren, zu laufen, zu trainieren, alles drum und dran. Das ist mir auch viel zu anstrengend, da habe ich gar keine Lust zu. Brauchen Sie auch nicht. Denn mit einem Vibrationstrainer, den ich Ihnen jetzt mit der lieben Diana anbieten darf, können Sie von zu Hause aus mit kleinstem Zeitaufwand Großes erreichen. Denn egal, welches Ziel Sie haben, wenn Sie sagen, oh, die Hose, die mal gepasst hat, die zwickt ein bisschen in der Bauchregion oder auch an den Hüften, Sie können abnehmen, gar kein Problem. Wenn Sie sagen, ab und zu mal beim Treppenhochsteigen, merke ich, da komme ich ordentlich aus der Puste, dann sagen wir auch dem den Kampf an. Genauso wie dem Problem, die Einkäufe vielleicht nicht alleine tragen zu können oder aber im fortgeschrittenen Alter die Mobilität, die nachlässt. Schuhe zubinden, Schnürsenkel zubinden, kann da wirklich zum Problem werden. Wir machen Schluss mit dem Ganzen und das mit 10 Minuten pro Tag und unserem Vibrationstrainer. Und liebe Zuschauer, das ist spielend einfach. Ich darf Ihnen heute einen unserer Bestseller vorstellen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich war das auch ein riesengroßer Aufwand. Ich habe selbst im Fitnessstudio gearbeitet, knapp ein Jahr lang. Und ich habe Sport gehasst. Und ich habe gedacht, wie machen die Leute das? Sonntags dahin zu fahren, voll motiviert, Fahrrad zu fahren, zu trainieren und ähnliches. Und ich habe die wirklich begeistert angeschaut und gesagt, wow, ich bin stolz auf euch. Für mich ist das nichts. Ja, liebe Zuschauer, dann habe ich den Vibrationstrainer entdeckt. Und jetzt starten wir durch. Nicht nur ich, auch die liebe Diana trainiert jeden Tag fleißig 10 Minuten auf unserem Vibrationstrainer. Prinzip super einfach. Wie funktioniert das? Unser Körper will immer im Gleichgewicht sein. Das Problem kennt man, wenn man über ein Kiesbett geht, da kommt man so leicht ins Taumeln. Unser Körper stabilisiert aber diesen unebenen Untergrund vollautomatisch aus, ohne dass wir darüber nachdenken müssen und das über unsere Muskulatur. Und genau das ist der Punkt. Denn der Vibrationstrainer, liebe Zuschauer, hier einmal, wenn wir zu dem rüber gehen, der macht genau das jetzt nur auf eine etwas andere Art und Weise. Denn zum einen haben wir hier eine Vibration und die schalte ich jetzt mal ein. Die können Sie auf 15 Stufen von der Frequenz her variieren und schalten. Und mit dem bloßen Auge sieht man jetzt eigentlich so gut wie gar nichts. Also ich würde sagen, hier sieht man nichts. Aber wenn wir jetzt die Flasche einmal draufstellen, sehen wir ganz genau, was passiert. Denn die Vibrationsplatte vibriert und deshalb bebt dieses Wasser. Diese Vibration geht über die Fußsohle in ihre Waden, in den Beinbizeps, in den unteren Bauch, in die Rückenmuskulatur, hoch hin bis zu den Schultern. Ganz, ganz wichtig bei dem Modell, entweder Sie lassen die Platte vibrieren oder aber Sie schalten noch dazu die kleinen Schwingungen und Kippbewegungen von links nach rechts. Und ich glaube, Sie können sich jetzt vorstellen, was da mit unserer Muskulatur passiert, wenn wir uns jetzt ganz simpel auf die Vibrationsplatte draufstellen. Denn genau diese ganzen Impulse gehen jetzt in unsere Muskulatur und dadurch kommen Muskelkontraktionen zustande, die uns trainieren. Das Einzige, was Sie also machen, ist einmal schulterbreit auf den Vibrationstrainer Platz nehmen, Popo leicht nach außen drücken, Bauch anspannen und schon haben Sie ein Ganzkörpertraining innerhalb von 10 Minuten. Der Timer ist bereits vorprogrammiert, das heißt also, Sie brauchen sich keine Stoppuhr zu stellen. Ein Vibrationstrainer schaltet sich automatisch aus, wenn die 10 Minuten dann rum sind. Und das ist das Schöne. An der Seite, Sie sehen es gerade eingeblendet, noch zwei Expander. Die sind aus einem elastischen Zug, sodass Sie die zum einen für weitere Übungen für den Bizeps oder die Schultermuskulatur nutzen können, aber auch rein zur Stabilität, um sich draufzustellen und sich festzuhalten. Die ganzen Frequenzstufen der Vibration und diese kleinen Kippbewegungen nach links und rechts lassen sich einmal über das Bedienfeld schalten, zum anderen aber auch über die mitgelieferte Fernbedienung, die Sie im vorderen Teil finden. Und dann stellen Sie sich einfach drauf und schauen währenddessen fern. Sie brauchen keine Sportklamotten, Sie können das in der Jeanshose machen, in der Pyjama, gern aber auch nur in der Unterhose, wenn Sie wollen, oder direkt vor dem Duschen gehen im Badezimmer. Zehn Minuten reichen aus. Und wenn wir die Muskulatur aufbauen, liebe Zuschauer, geht es uns gleich viel besser. Warum? Das Herz-Kreislauf-System, das wird aktiviert, das arbeitet, das heißt, wir werden fitter, wir fühlen uns energetischer. Muskulatur wird aufgebaut, das heißt also, unser Gesamtumsatz an Kalorien steigt, das heißt, Sie essen wie gewohnt weiter, nehmen aber ab durch die sportliche Aktivität auf Ihren Vibrationstrainer. Die Durchblutung wird verbessert, das spürt man. Keine Wintermüdigkeit, kein Wintertief, Sie werden merken, wie energetisch Sie werden. Und vor allem, der Rücken wirkt gestärkt. Und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, liebe Zuschauer. Weiterer Punkt, auch die Mobilisierung der Gelenke, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man auch Arthrose zum Beispiel hat oder Gelenkprobleme, sollte man die Muskulatur um die Gelenke schonen. Kommen wir zurück zum Rücken. Ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung, denn ich hatte lange, lange Zeit Wahnsinnstiche in der Brust, links auf der Seite. Und ich hatte wirklich Panik und ich dachte, ist das da irgendwas mit dem Herzen oder ähnliches? Ich habe wirklich Panik bekommen, weil ich immer dieses Stechen hatte, das sich sogar zum Teil in den linken Arm gezogen hat und ausgestrahlt hat. Und klar, damit macht man keine Scherze. Ich bin zum Arzt gefahren, EKG machen lassen, beim EKG alles unauffällig. Belastungs-EKG, auch alles unauffällig. Aufatmen, es ist nichts mit dem Herzen. Aber es kam dann raus, dass es durch die fehlende Rückenmuskulatur verursacht wird. Das heißt also, ich hatte zu viel Gewicht vorne, falsche Körperhaltung, man sitzt viel, Schultern nach vorne. Dann hat quasi durch diese fehlende Rückenmuskulatur einen Nerv ausgestrahlt und das halt vorn hin zur Brust. Liebe Zuschauer, ich mache Sport seitdem mit dem Vibrationstrainer. Ich habe keinerlei Beschwerden mehr. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich fühle mich viel, viel energetischer. Ich habe über den Tag verteilt deutlich mehr Energie und vor allem, ja wie gesagt, anfangs haben wir es angesprochen, diese kleinen Problemchen im Alltag sind einfach weg. Die Schuhe selber zubinden, ganz einfach und schnell. Die Treppen hochgehen, ohne Päuschen dazwischen. Die Einkäufe mal selbst tragen und dabei sogar auch ein Kasten Getränke ist mittlerweile kein Problem mehr. Das Schöne ist, Sie machen hier nicht die Arbeit, der Vibrationstrainer übernimmt die für Sie. Und deshalb sollten Sie jetzt loslegen. 237,41 Euro. Das ist übrigens die TV-Sonderpreis und die Bestellnummer die NX1104 und die 569. Ganz wichtig, jeder kann hier drauf trainieren, egal ob jung oder alt. Ralfs komplette Familie trainiert auf einem Vibrationstrainer, wo die Enkelin Bauch, Beine, Po macht, das was Diana und ich auch anstreben und da fleißig Kniebeuge auf den Vibrationstrainer macht. So sagt der Ralf, Spekulatius und Dominosteine sind ganz lecker, ich möchte meine Figur halten, deshalb stelle ich mich zehn Minuten am Tag drauf. Und sogar seine Mama mit 75 Jahren steht Tag für Tag auf dem Vibrationstrainer, sagt, ich brauche deutlich weniger Hilfe im Haushalt, ich bin deutlich mobiler, ich kann mich bewegen, ich mache auch gerne wieder Spaziergänge, weil ich einfach fitter bin und meine Mobilität zurückgewonnen habe. Und genau das ist der Punkt. Wenn vielleicht auch Ihr Arzt Ihnen schon mehrfach gesagt hat, bitte machen Sie doch was Sport, dann legen Sie jetzt los. Versandkostenfrei kommt er zu Ihnen. Sie können den Nutzen für die gesamte Familie. Wie gesagt, das Einzige, was Sie machen, ist bitte einmal schulterbreit aufstehen, Zehenspitzen leicht nach außen. Trainingsanleitung mit verschiedenen Übungen gibt es natürlich noch mit dazu. Also die kommt, kein Problem, da einfach, wie gesagt, mal durchstöbern. Das ist jetzt die Grundübung. Hinstellen, Schulterbreit, Zehenspitzen leicht nach außen und dann den Popo ein wenig rausdrücken, den Bauch anspannen und schon merken Sie, dass der ganze Körper hier in Bewegung ist. Und ich kann währenddessen mit Ihnen sprechen und das ist das Tolle. Es ist also nicht anstrengend. Sie werden aber am nächsten Tag einen leichten kleinen Muskelkater spüren und das ist dieses Gefühl. Wir haben etwas gemacht, liebe Zuschauer. Deshalb ich bitte Sie, Sie haben 15 Frequenzen, die Sie entweder kombiniert oder einzeln schalten können bei diesem Modell. Fangen Sie langsam an. Leichte Frequenzen, Muskulatur ein bisschen aufwärmen, dann in der Mitte des Trainings etwas höher schalten und zum Ende hin nochmal ein bisschen die Muskulatur auslockern. Sie können nichts falsch machen, absolut gar nichts, weil wir mit eigenem Körpergewicht trainieren. Das heißt, keine zusätzlichen Gewichte, die die Gelenke belasten oder ähnliches. Nein, unser Körpergewicht alleine reicht aus mit der Vibration. Deshalb jetzt gleich zugreifen und loslegen. NX 1104 und die 569, die Bestellnummer. Egal, welches Ziel Sie sich gesetzt haben, Sie werden es erreichen und das Schöne ist, nach zwei Wochen, verspreche ich Ihnen, sehen Sie die ersten Fortschritte an Ihrem Körper. Sie sehen, wie Ihr Körper sich verändert und aller, 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 aller spätestens. Nach vier Wochen werden Sie darauf angesprochen. Sie werden sich gut fühlen, Sie werden merken, dass Ihr Körper wieder aktiv ist, dass Sie energetisch sind und das mit Ihrem Vibrationstrainer. Von zu Hause aus mit zehn Minuten am Tag. Deshalb rufen Sie an, gehen Sie in die Leitung, bestellen Sie sich Ihr sportliches Workout direkt für zu Hause, zittern bis das Fett schmilzt oder aber auch Sport für Faulpelze. Jetzt liegt es an Ihnen, überwinden Sie den inneren Schweinehund, legen Sie los, rufen Sie an und denken Sie an die guten Neujahrsvorsätze. Dann fällt das Ganze gleich viel, viel leichter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.